Straftäter sollen künftig nicht mehr so schnell von Gerichten in die Psychiatrie eingewiesen werden können. Im Bundesjustizministerium wird daran gearbeitet, die rechtlichen Hürden dafür anzuheben. Ministerin Leutheuser-Schnarrenberger will die Unterbringung auf gravierende Fälle beschränken. Außerdem soll die Entscheidung häufiger überprüft werden. Auslöser der Reformpläne ist unter anderem der Fall Mullert. Seit nunmehr sieben Jahren sitzt Gustl Mullert in der geschlossenen Psychiatrie. Die Entscheidung eines bayerischen Gerichts, ihn als paranoid und gemeingefährlich einzustufen, hat inzwischen auch zu einem Untersuchungsausschuss geführt. Trotz wachsender Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Unterbringung wurde Mullert bisher nicht entlassen. Die Bundesjustizministerin will angesichts der jüngsten Erkenntnisse über mögliche Verfahrensfehler die Unterbringung in geschlossenen Anstalten deutlich erschweren. Wir brauchen höhere Anforderungen an die Unterbringung von Menschen in diese psychiatrischen Anstalten. Und ich will sie auf vier Jahre befristen. Und dann müssen zwei Gutachter unabhängig voneinander erneut feststellen, ob jemand weiter in einer solchen Unterbringung bleibt oder nicht. Die Grünen befürworten den Vorschlag für eine Reform der Unterbringung in der Psychiatrie. Es ist eigentlich unglaublich, dass jemand immer noch in der Psychiatrie als gemeingefährlich einsetzt, dessen wesentliche Behauptungen sich als zutreffend erwiesen haben. Und dass solche Menschen, die unbequeme Wahrheiten ans Licht bringen, in der Psychiatrie weggesperrt werden, das muss künftig erschwert werden. Mullert hatte vor seiner Einweisung behauptet, seine Frau helfe als Mitarbeiterin der Hypovereinsbank Kunden bei Schwarzgeldgeschäften. Ein interner Revisionsbericht der Bank hat die Vorwürfe zum Teil bestätigt. Die Psychiatriereform könnte frühestens in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden.